New York City, 5-Sterne-Luxushotel. Wir haben kostbare 15 Minuten mit einem der geschäftstüchtigsten Musiker des Planeten. Mit geschätzten 140 Millionen US-Dollar auf dem Konto ist er laut Forbes-Liste der fünftreichste Rapper der Welt. Nicht schlecht, aber immer noch zwei Plätze hinter Dauerkonkurrent Jay-Z. Nervt Sie das eigentlich, Mr. 50 Cent? Nein, ich beneide Jay-Z nicht um sein Geld. Das war vielleicht früher so. Aber jetzt habe ich ja alles, was ich will. Wenn du dich als Künstler an Firmen beteiligst und sie dann auch noch mit dir werben dürfen, kannst du heute einfach mehr Kohle machen als früher. Und wenn einer weiß, wie man das macht, dann 50 Cent. Sein Imperium hat heute kaum noch mit Musikmachen zu tun. Der Rapper handelt mit Aktien, führt das Musik- und Modelabel G-Unit, ist Filmproduzent, Fernsehproduzent und vermarktet neben Autos, Körperspray und Kopfhörern angeblich auch Kondome und Groschenromane. Der mit Abstand größte Teil seines Vermögens stammt aus einem lukrativen Deal mit einem großen Getränkehersteller. Ich suche stets nach guten Gelegenheiten, warte auf den richtigen Moment. Mittlerweile bleibe ich auch in Situationen cool, in denen ich mal nicht instinktiv weiß, was zu tun ist. Ich weiß, wie ich an die richtigen Informationen komme, damit das Projekt dann doch noch ein Erfolg wird. Diese Abgeklärtheit musste sich Curtis Jackson so früh und so hart erarbeiten wie kaum ein anderer. Im Alter von zwölf Jahren übernahm er das Drogenrevier seiner ermordeten Mutter und stieg ins Crack-Geschäft ein. Mit Get Rich or Die Tryin' wurde seine Geschichte verfilmt. I got Dimebags. You know what you are, kid? You're an Entrepreneur. Just like his mama. Im Alter von 24 wird Jackson auf offener Straße überfallen und zweimal in den Kopf geschossen. Er überlebt und fängt von vorne an. I felt like I was walking away from the old me. And the new me was being born. Dieser neue Fifty verabschiedet sich vom Drogenhandel, wickelt nur noch legale Geschäfte ab und steigt mit Hits wie In Da Club und Candy Shop in den ultimativen Hip-Hop-Olymp auf. Es geht nicht darum, was du irgendwann mal gemacht hast. Es geht darum, was du jetzt tust. Also bleib dran, arbeite hart und bleib anständig. Das ist besser als Risiken einzugehen und damit zu prahlen. Geh einfach da raus und mach dein Ding. Damit ist 50 Cent mittlerweile der wohl unwildeste Rapper aller Zeiten. Die größten Fehler, die ich im Leben gemacht habe, waren im Business auf falsche Freunde zu setzen. Und privat mein erstes Kind mit der falschen Frau zu zeugen. Daran erinnert sie mich bis heute. Jeden Tag. Aber auch schlechte Erfahrungen kann man zu Geld machen. Aktuell produziert Curtis Jackson in Amerika die Fernsehserie Power, ein Remake seines Lebens. Der Held der Serie versucht aus dem Drogengeschäft auszusteigen und mit einem Nachtclub legal Geld zu verdienen. Nur seine habgierige Frau ist damit nicht so ganz einverstanden. Wir öffnen die Läden, die die Geld verdienen, aber dann sagst du, wir öffnen einen Nachtclub, damit wir noch mehr schlafen können. Was, wenn es mehr als das sein könnte, Mann? Du meinst, wir werden aufgewachsen, gehen und leben wirklich glücklich? Wir haben alles. Ich wollte, dass ich so weiter bleiben kann. Ich habe mittlerweile an 19 Filmen mitgearbeitet. Ich glaube, ich kenne mich am Set schon ein bisschen aus und weiß, was ein geschäftsführender Filmproduzent zu tun hat. Für die Hauptrolle in Power hatte 50 Cent leider keine Zeit, denn da wäre ja noch das kleine Hobby namens Musik machen. Tatsächlich bringt der Rapper nach fünf Jahren Pop-Business-Abstinenz dieses Jahr gleich zwei neue Alben raus. Nummer eins ist seit Juni auf dem Markt und dreht sich konsequenterweise um 50 Cents Lieblingsthema. Es geht um Reichtum. An einigen Stellen vielleicht aus einer verzerrten Perspektive, aber im Großen und Ganzen geht es auf dem Album um sämtliche Vor- und Nachteile von Reichtum. Ich kann heute vielleicht nicht mehr so viele Platten verkaufen wie früher, aber ich kann Musik machen, die relevant für unsere Zeit ist. Einen Song wie In the Club von meinem ersten Album, Die Trying, würde ich heute nicht mehr machen. Es geht mir ja nicht nur ums Geld. Ich will mit Kreativität und Leidenschaft an meiner Musik als Kunstform arbeiten. Am Ende ist es das, was mich immer weitermachen lässt. Selbstverständlich, Herr 50 Cent. Alles für die Kunst und die eigene Erleuchtung. Und wenn dabei noch ein paar Extra-Dollar herausspringen, umso besser. Bis zum nächsten Mal.